Finale, Hoho, Finale, Hoho, Herzlich Willkommen zurück, mein Name ist Andreas und ihr seht hier TimeLight, das Finale. Ihr habt es schon gehört im Lied. Das ist ganz sicher das Finale. Das Spiel hat es mir beim letzten Mal gesagt. Hat er gesagt, hier pass mal auf, wenn du hier gehst, das ist Finale. Da ist er der Scheu. Okay. So, kommt her. Habt ihr nicht drauf? Aua. Reicht's. Ach Scheiße. Mist, jetzt habe ich das Heiden abgebrochen, so ein Mist. Okay. So, viel besser. Orchesteruntermalung passt doch, wenn Könige sich streiten. Da, die Vollstreter meines Wildens. Was ist das? Weghau... Oh. Äh. Kommla. Äh? Wie? Hi. So, es sieht so aus, es wird nie mehr mehr kommen, he? Aua! Lauf, Crane! Das könnte die Sklaven ja so gut! Lauf oder steh! Uiuiui! Komm mir jetzt hin! Ich bin jetzt nicht falsch! Uiuiui! Uiuiui! Fluch der Scheiße! Uiuiui! Was? 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 Geh! 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 So, was ist das denn tot? Mal ganz kurz tarnen. Shit. Ach, Gott im Himmel. Ich frag mich, ob ich sich vor den tarnen kann, wenn man das so will. So, hier hab ich keine Gmoni mehr. Scheiße. Bei denen sieht es auch nicht gerade gut aus. Na gut. Augen zu und durch. Wow. 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 Oh schau! Oh, oh! Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh! Oh, oh! 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 Oh, oh! Oh, oh! Scheiße! Fuck! Oh, Gott im Himmel. Wir verbinden, ne. Super. Wow, shit. So, jetzt gucke ich erstmal nach den nicht verteilten Verhärtlichkeitspunkten. Was haben wir denn hier? Slammer. Höhe die Reichweite und Wurz des Grauen Pounds an Griffs. Wird doppelt den von Wurfwaffen, Beispiel sein Wurfstern, Wurfmesser und Wurfechsen zugefügt. Schaden und nicht schlecht. Nahkampfwaffenwurf. Ich will eigentlich meine Nahkampfwaffe gar nicht werfen. Also das... Bei Dead Island... Ja, Dead Island, also der inoffizielle Vorgänger von dem Spiel. Da gab es ja solche Wurfwaffen wie Wurfsterne und sowas gar nicht. Ähm... Ich mach das mal. Und dann richtig ruste ich das mal auf. Äh, hier. Premium Wurfsterne. So, und zwar vielleicht statt der... Wurfhaken hab ich auch noch. Nütze ich eigentlich nie. Wow. What the fuck. Netter Auftritt. Vielleicht bist du doch ein König. Des Drecks. Naja. Wenn ich alles täuscht, war das... Das ist ein Geschenk für den König. Was? Weder kannst du mich töten, noch besiegen. Was ist ein Geschenk des Königs? Du kannst mich nicht mal erreichen. Ah, okay. Na gut. Dann werden wir hier irgendwo... ...hoch müssen. So, ich würde sagen, hier lang. Nee. What? Shit. Ach so, ich späß. Rüben dran. Ein bisschen Aufzug ist ja da. Yeah. Wie schön, Musik. Die Musik des Leids. Gespielt von Sklaven. Perfekt für einen Sklaven. Komm schon, komm schon. Schneller, Gott verdammt. Okay. Erstmal kaputt machen. Okay. Erstmal hier durchrennen. Hehehe. Ein bisschen Waffengewalt... ... hier Waffenhaut zum Sporn. Das macht echt Spaß. Boah, zack. Wollt ihr mal durchrennen. Wollt ihr mal zubeißen? Wollt ihr mal zubeißen? Zack. Zack. Okay. Ich hab's doch reiches Ende. Ist jetzt das Zeug noch zu grün und groß? What the fuck? Was war das? Na gut. Weiter geht's. No. Na gut. Wollt ihr mal zubeißen? ... ... ... ... ... ... ... Ich glaube, der Juma steht. So, okay, im Prinzip muss ich ja nach oben, ach hallo. Und da, ja. Krane, Reich sagte, du würdest kommen. Du wurdest angeschossen. Was ist los hier? Das ist die Quittung für unsere Arbeit. Reich hat uns betrogen. Ich bin auf dem Weg nach da oben, Karim. Ich schwöre dir, ich werde den Bastard mit meinen bloßen Händen umbringen. Nicht da lang. Auf den beiden Etagen über uns sind Minen. Geh durch den zweiten Block. So hoch du kannst, dann kannst du zurückkommen. Aha, okay. So, das war also Karims Ende. Er hat auch so ein Doppeltischspiel gespielt, ne? Wie auch immer, mein Timer hat geklingelt. Das bedeutet, hier an der Stelle endet sozusagen die erste Folge des Finales. Ich fand es sehr aufregend. Oh, hier ist ja, uh, hier ist schon Explosiva dran. Mensch, du. Naja, dann, ja. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Und in der nächsten Folge geht es weiter hier an dieser Stelle. Bis dahin. Bye, bye. Boah, das war ganz schön unfair. Gerade dort mit den Schattenjägern, das war schon hart, ne? Ein paar Mal gestorben, aber im Endeffekt haben wir es ja doch geschafft. Diese Ecke dort, die war ein bisschen fies, ne? Wahrscheinlich ist es gar nicht so gedacht. Man hätte dort einfach wirklich gnadenlos fliehen müssen, ne? Wobei dieser Baby-Zombie da, der verhindert das irgendwie, dass man fliehen kann. Naja, wir haben es ja geschafft. In der nächsten Folge geht es weiter. Jetzt sollen wir irgendwelche Minen ausweichen. Da müssen wir mal gucken. Also, bis dahin. Bye, bye.